Dornburg-Karmburg ist eine Kleinstadt im thüringischen Saale-Holzland-Kreis, die am 1. Dezember 2008 aus dem Zusammenschluss der Städte Karmburg und Dornburg-Sahle sowie der Gemeinde Dorn-Dorf-Steutnitz entstand. Geografie Die Stadt liegt im nordwestlichen Teil des Saale-Holzland-Kreises im mittleren Teil der Saale zwischen den Städten Jena und Naumburg. Eine Besonderheit dieser Fusion ist, dass die neue Stadt aus zwei nicht miteinander verbundenen Gebieten besteht. Während Dornburg und Dorn-Dorf-Steutnitz zusammenhängen hat Karmburg bislang keine gemeinsame Flurgrenze mit den beiden vorgenannten. Geschichte Am 30. Januar 2008 unterzeichneten die Bürgermeister von Dornburg, Dorn-Dorf-Steutnitz und Karmburg den Gebietsänderungsvertrag, der die Eingemeindung von Dornburg und Dorn-Dorf-Steutnitz in die Stadt Karmburg vorsieht, die ihren Namen in Dornburg-Karmburg ändert. Der Zusammenschluss wurde am 1. Dezember 2008 wirksam. Eingemeindungen Ansicht Ortsteile vorne Dorn-Dorf und Dornburg oben. Ansicht Ortsteil Karmburg. Luftbild Stadt Dornburg-Hamburg im Saale-Tal. Altstadt OT Dornburg. OT Karmburg Schmiedehäuser Straße. Punkt OT Dorn-Dorf im Saale-Tal. Ortsteile der Stadt Dornburg-Hamburg. Dornburg ist seit dem 1. Dezember 2008 Teil der Stadt Dornburg-Hamburg. Zuvor gehörte der Ort der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Hamburg an. Dornburg ist vor allem durch die drei Dornburger Schlösser bekannt geworden. Die evangelische Stadtkirche Sankt Jakobi entstand in ihrer heutigen Form im 18. Jahrhundert. Der neue Ortsteil Dornburg weist 897 Einwohner aus. Wobei die ehemalige Stadt ohne ihre Ortsteile Wilsdorf und Hirschroh da weniger als 700 Einwohner hat. Ein Teil der neuen Stadtverwaltung Dornburg-Hamburg befindet sich in Dornburg-Markt 21. Karmburg ist wie Dornburger eine ehemalige Stadt im Norden desselben Kreises. Vor dem vertraglichen Zusammenschluss gehörte auch sie der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Karmburg an. Karmburg liegt an der Bundesstraße 88 zwischen Dornburg-Dorndorf-Steutnitz und Naumburg. Dem Ortsteil Karmburg sind 2846 Einwohner so so rechnen. Ein Teil der Stadtverwaltung befindet sich in Karmburg in der Rathausstraße 1. Mit der Gemeinde Dorn-Dorf-Steutnitz hat sich der Ortsteil ebenfalls dem vorgenannten Vertrag angeschlossen. Mit Steutnitz und Naschhausen hatte die Gemeinde 1932 Einwohner. Mit der Gemeinde Dorn-Dorf-Steutnitz hat sich der Ortsteil ebenfalls dem vorgenannten Vertrag angeschlossen. Dorn-Dorf-Steutnitz hat sich als Gemeinde ebenfalls dem vorgenannten Vertrag angeschlossen. Siehe, Siehe, Tümpling Siehe, 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 Verkehr. Neben der Bundesstraße 88, die durch alle drei Orte führt, existiert eine Bahn- und Buslinie, welche Karmburg, Dornburg und Dorn-Dorf-Steutnitz verbindet. Dornburg-Karmburg liegt an der Bahnstrecke Großhering-Saalfeld mit den Bahnhöfen Dornburg und Karmburg. Letzt genannter Bahnhof war ein Punkt der inzwischen stillgelegten Bahnstrecke seit Karmburg. Dornburg-Karmburg